So, dann schauen wir mal, ob wir die vielleicht eine kriegen jetzt. Leichter Schneematsch auf dem See. Lassen wir den Köder mal durchrumsen. Bisschen anzuppeln. Neuer Versuch. Ah, wie du bist Toni. Das ist kein Scheiß. Jetzt kannst du Toni. Ja, guck mal hier, sieht ja nicht lecker aus hier. Hau rein, guck mal, ob wir die Beine kriegen. Ich habe den Crusher drauf und braun-orange. Schon zwei Bisse drauf gehabt, aber direkt hier losgelassen. So, durch den Schneematsch wieder durch. Bisschen Aktion reinbringen. Absinken lassen. Bisschen mehr Schnur geben, bis er bis zum Grund geht. Mal gucken, ob wir da nicht eine rauskriegen. Drei. 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 Jawohl Toni, die erste! Nein! Und wieder weg! Sehr schön! War ein normaler kleinen Nachsforell? Normale noch, ne? So eine schöne große. Oh, ja. Die hatten sie beim Besetzen nicht, das hätte ich gesehen. Ja, die ist auch ganz frisch. Sehr schön, Petri. Toni, Erster, wa? Jawohl! Meine sind vor dem Käscher abgegangen. Das ist eine freie Stelle. Ja? Dann komme ich rüber. Scheinbar saßt ihr nicht richtig, wegen dem Eis kannst du nicht gerade anhauen. Da hast du so einen Versatz drin. Komm schon mal drüber. Schau mal drüben mal. Und die nächste hier Toni dran hat. Auch hier aus dem ein bisschen eisfreien Bereich rausgezockt. Spoon oder Fummi? Fummi. Fummi. Ja. Auch schön kammstark, ne? Wunderbar. Sehr schön. Petri Toni. Ich beden mir, danke. Nummer zwei. Bis. Bis. Da ist er wieder, da ist er wieder. Hast du ihn wieder losgelassen? Super, oder? Ja. Zwei Mal zum genommen. Zwei Mal zum genommen. Ja, bei mir hat's direkt hier losgelassen. Bei dir geht's aber, wa? Sehr schön Toni. Ja. 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 Da ist der Sport. Aber Kontakt ist da, das ist wichtig, ne? Da werden die Fingerchen noch wieder warm. Bis. 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 Hängt. breisse. Hach. Häh, ach. Dann ist Nummer eins, wenn ich's da rauskriege, für die Mama, Abendessen. So. So. Na wunderbar. So. er hat übergenommen da war der kaum durch dem eis durch hatte schon attackiert bis nächste abendessen für nardin eine schöne sehr schön ja so zwei wunderbar und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, Freistück für die Pfanne, Feierabend. Nach der kleinen Zusammenfassung vom Sonntag kommen wir jetzt zu dem Gewinnspiel, wo ich mich für 2000 Abonnenten recht herzlich bedanken will. Die Teilnahme ist relativ einfach, ihr müsst den Kanal nur abonnieren und dann unter diesem Video öffentlich einen Kommentar abgeben. Unter den Kommentaren wird dann mittels eines Zufallsgenerator der Gewinne ermittelt. Zu gewinnen gibt es einen Angeltag zusammen mit mir und mit meinem Angel-Teckel. Ich denke, dass es persönlicher wirklich nicht geht. Das heißt, ich komme zu euch an die Anlage eurer Wahl. Ihr dürft an diesem Tag auch meinen Teckel benutzen, natürlich pfleglich. Ich werde mit Rat und Tat zur Seite stehen, falls gewünscht. Das gemeinsame Angeln beinhaltet die Tageskarte und die Verpflegung an dem Angeltag. Ihr bestimmt, ob dieser Tag in Bild und Ton festgehalten wird und Teil der Videos auf meinem YouTube-Kanal wird. Die Terminabsprache richtet sich nach den aktuellen Corona-Regeln und Vorschriften. Die Auslosung wird nach der Premiere von Dänemark Tour 2020 Teil 3 veröffentlicht. Ich gehe davon aus, dass ich das Sonntag noch hinbekomme, irgendwann zwischen 14 und 15 Uhr. Dann sage ich schon mal bis Sonntag. Bleibt gesund, bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal.